Herzlich willkommen im schönen Anglikon in der Schweiz. Wir sind Louis und Sascha und wir sind die Swiss Bricks Builder. Wir lieben Klemmbausteine und wir möchten euch an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. Wir haben für uns, nicht für euch, einen alten Bekannten hier. Genau. Und ich glaube, heute ausnahmsweise machen wir das mal anders. Wir starten mit dem Hashtag Eisenbahnhoch3. Warum? Ganz einfach. Das ist unser dritter Take, den wir jetzt versuchen. Wir haben ja ab und zu Probleme mit den Mikros und so. Irgendwie fahren wir mit Louis Handy, unser Mikrofon. Das funktioniert zum Teil irgendwie nicht richtig. Er hat jetzt sein eigenes mitgenommen. Wir versuchen es jetzt nochmal. Ich glaube, wenn es nicht funktioniert, dann schmeißt du das Handy aus dem Fenster oder so? Nein, dann habe ich schon gesagt, dann müsst ihr etwas an der Wohnung ändern. Dann sind die Schwingungen in der Wohnung einfach nichts. Ach ja, genau. Kristalle in den Ecken. Kristalle, genau. Ich bringe das nächste Mal antistatische Matte mit, weil zwei verschiedene Mikrofone, die in dem Zimmer dann nicht funktionieren an meinem Handy, dann bin ich dann wirklich am Ende. Also ich hatte das ein einziges Mal hier. Genau. Heute für euch ganz neu, für uns ein alter Bekannter, die 4561 der Railway Express. Von Lego. Von Lego, genau. Aus welchem Jahr? Aus welchem Jahr? 1999. Und zwar Sommer, 1999. Juli. Also das war genau ein Sommerferienhit. 1999. Und es war am Markt bis Dezember 2002. Entschuldigung. Moment. In diesem Take bringe ich übrigens nur Original-Lego-Sets. Viermal bringe ich Lego noch. Oder habe ich schon gebracht? Ich weiß noch nicht genau, an welcher Position dann die Eisenbahn kommt. Und dieses Mal auch nur gebraucht ist jetzt von mir. Ich habe gesagt, nächstes Mal muss ich endlich auch wieder mal was Neues mitbringen. Ja, tu das. Ich finde es auch spannend, dass sowas im Sommer rausgebracht wird, weil ich hätte gedacht, das wäre das Ideale für Weihnachten gewesen. Genau. Aber, ähm, ja. Ähm, die Eisenbahn, ähm, ich glaube, das war, glaube ich, eine der besten Eisenbahnen, die sie hatten. Ich habe keinen Vergleich. Ich weiß es nicht ganz genau. Es gab ja viele Eisenbahnen oder auch heute noch. Jedenfalls war es noch eine mit den elektrischen Schienen. Heute sind ja die Schienen Kunststoff. Und der ganze Antrieb steckt im Zug drinnen. Meistens sogar mit Batteriebox und so. Aber dafür kann man sie halt noch richtig schön steuern. Genau. Die ist wirklich... Okay. Offensichtlich hat hier das Kabel einen kleinen Defekt. Dann klemme ich das unten rein. Genau. Die ist noch mit drauf. Kommen wir mal zu den Hard Facts, so Teile und so. Also das Set hat 665 Teile. Sie haben sich dann nicht getraut, äh, irgendwie noch einen zusätzlichen Brief für den Briefkasten reinzutun, weil dann wären sie bei 666 Teilen. Also an dem kann es schon mal nicht liegen, dass die Kamera nicht funktioniert. Also am Set selber liegt es nicht, weil der Lego dann nicht die, äh, verbotene Zahl reingebaut hat. Sie haben 665 Teile verbaut und der UVP, die UVP dazumal, war um die 130 Franken. Was ich bei dem Set nicht ausgerechnet habe, es sind Dollarpreise, die ich habe. Und ich habe die jetzt eins zu eins übernommen. Also ich denke, sie war ein wenig teurer noch in der Schweiz. Man muss denken, ich meine jetzt 130 für 665 Teile ist jetzt nicht wenig. Nein, das sind 20 Rappen pro Teil, wenn man das dann aufs Teil ausrechnet. Wir, wir, wir denken kurz nach, ähm, wir, ähm, markieren uns heutzutage ja schon häufig gerne mal drüber, dass, äh, irgendwie Lego zum Teil 10 Rappen pro Teil in gewissen Sets hat. Genau. Ähm, man muss es hier jetzt relativieren allerdings. Richtig. Das Set, es gibt nämlich zwei verschiedene Versionen. Und die Version, von dem ich jetzt den Preis rausgesucht habe, ist auch wirklich die Version mit dem Trafo. Also der Trafo war dabei, eine gewisse Anzahl Schienen war dabei. Ich weiss nicht auswendig, wie viele. Also ist schon, ist schon groß. Ist also nicht super schwer, aber man hat da was. Also es ist wirklich auch mit Trafo und Elektronik. Und von daher, für das, was das Set auch bietet, das zeigen wir euch jetzt, äh, im, im Nachgang dann, was alles dabei ist. Und da finde ich eigentlich, der Preis war ganz okay. Es hat auch, ähm, was ich, ich glaube, häufig, heutzutage ein Problem ist, ähm, es hat sehr viele grosse Teile, finde ich. Es hat viele grosse Teile, ja. Es hat viele, die grossen Scheiben. Und es hat doch eine gewisse Anzahl Minifiguren dabei. Ich meine, hier die Dinger unten sind ja auch relativ massiv, glaube ich. Das ist ja durchgehend. Ja, genau. Das sind ganz grosse Platten, richtig. Und wie gesagt, auch eine Anzahl Minifiguren, also neun Stück. Es sind immerhin neun Minifiguren. Also mit denen kann man dann wirklich auch eine Spiellandschaft aufbauen. Jetzt gerade zum Vergleich, das Wikinger-Schiff, das jetzt, äh, draussen ist von der Creator-Reihe, ist das, glaube ich. Vier oder fünf. Drei. Drei. Also das Schiff hat drei Figuren. Drei oder vier. Ja, du hast recht. Eben so was. Vier, genau. Und ja, für so ein ganzes Wikinger-Schiff. Also, äh. Auch, auch der, auch, ähm, hier das Schloss, das Drei in Eins, das hat ja auch. Ja, die Burg, genau. Vier Figuren, ein Skelett. Also, vier Figuren waren ein, davon waren ein Skelett. Und wie gesagt, so ein Wikinger-Schiff lebt ja nicht von vier Figuren. Also da, da war ja einiges mehr los auf so einem Schiff. Und da muss ich jetzt einfach sagen, mit diesen neun Figuren waren sie meiner Meinung nach gut dabei. Da kann man gar nichts sagen dagegen. Also da, da stimmt der Preis im Verhältnis mit den Figuren zum Beispiel auch. Und tatsächlich von diesen neun waren dann sechs sogar exklusiv. Also wenn man nachschaut, sie sind in zwei Sets eingetragen. Also wenn man das Beispiel auf Bricklink nachschaut, steht da schon zwei Sets. Wobei es zum einen mal das gleiche Set ist, einmal mit Trafo und einmal ohne. Weil früher gab es ja mehrere Eisenbahnen und wenn man das ganze Trafo-Zubehör schon hatte, konnte man das Set auch ohne die Elektronik kaufen. Und daher sind die Figuren in zwei Sets drin, aber faktisch eigentlich nur exklusiv in einem. Ein richtiges Spielset, wirklich, also gar kein Displaymodell meiner Meinung nach, sondern wirklich komplettes Spielset mit sehr viel Spielwert. Das ist so. Im Vergleich zu den heutigen City-Sachen, glaube ich, also ich habe nicht den ganz großen Vergleich, ich habe die heutigen City-Sachen nicht. Aber ich sehe ja das immer wieder auch von anderen in Reviews. Wir schauen ja auch andere YouTuber, die ihre Reviews bringen. Und ich glaube, heutzutage so die Supermärkte vom City-Set und so zum Teil nicht mehr der große Spielwert. Wobei ich glaube, zum Beispiel der letzte Gemüsesupermarkt hier, der war glaube ich jetzt gar nicht so schlecht. War nicht ganz so schlecht. Der mit der großen Möhre. Ich glaube, der war jetzt nicht so schlecht. Ich glaube, das Problem ist bei vielen Sets heutzutage einfach, dass halt, dass halt sehr viele Sachen auf sehr engen Raum gemacht werden. Halt hier von dem City mitten hoch, mit Glas. Also es sieht zwar von außen nach viel aus, aber halt drin hast du einfach keine Spielmöglichkeiten. Ich glaube, das ist das Hauptproblem. Was ich das mal vorteilsweise dabei habe, was ich das letzte Mal vergessen hatte, vielleicht haben daher die zwei Takes vorher auch gar nicht funktioniert, sind heute die Anleitungen und den Stickerbogen. Der Stickerbogen. Genau. Und das zeige ich euch jetzt auch gleich als erstes. Leider fehlen auf dem Stickerbogen zwei Sticker. Die anderen Sticker sind alle noch nicht aufgeklebt, wobei ich weiss auch nicht, ob sie heutzutage noch halten würden. Warum hat sie einen Alien drauf? Das ist ein Bild und zwar für den Panoramawagen. Innen an diesen Panels gibt es so Panels und das war die Wandverzierung und auch hier zum Beispiel die Speisekarte ist auch von dem Personenzug. Okay. Dann haben wir einen Fahrplan. Ja, ich wollte schnell ablesen. Das ist Berlin, Prag, Hamburg und Paris. Also man hat den Fahrplan, der kommt dann hier auf diese Steine und die Blitze sind als Verzierungen unten für die Wagen gedacht und dann gibt es noch verschiedene Wagennummern. Genau. Genau. Zwei verschiedene Nummern. Ich weiss nicht, sind das die verschiedenen Setnummern? 45, 61. Haben wir eine? Nein. Nein, haben wir gar nicht. 35, 69 und 32, 54. Wahrscheinlich hier jeweils und hier jeweils. Ja, genau. Das sind die Wagen. Ja, ein paar fehlen auch. Ich glaube, die kleben mittlerweile wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so gut. Nein, ich denke auch nicht. Und was wir im Gegenzug aber hier haben, sind dafür geprintete Teile auch zusätzlich. Zum Beispiel auf der Pizza-Box sind geprintete Teile oder auch hier die Uhr und die Tastatur. Sascha zeigt euch diese Sachen später noch. Der Oktan. Der Oktan. Er hat sehr viel Spaß mit diesen Sachen. Also bei den letzten zwei Takes hat das Video einfach schon lange gedauert, weil Sascha ganz viel Spielwert entdeckt hat. Sehr cool gemacht bei der Eisenbahn und da merkt man auch, das war wirklich ein Familienset für die ganze Familie. Es gibt verschiedene Anleitungen für fast jedes Bauteil hier. Vorteil, verschiedene Leute können bauen. Nachteil, wenn du ein Büchlein verlierst, hast du das nicht mehr. Wenn du alles in einem Heft hast, dann kannst du das entweder wirklich auf die Seite tun. Nachteil, wenn du das verlierst, hast du gar nichts mehr. Ist so. Ist so. Und hier ist es einfach schwierig, dass du dann alle Büchlein wirklich zusammenhalten kannst. Und ist aber ganz schön gemacht. Zum Beispiel einfach die Lokomotive ist ein Büchlein. Das heisst zum Beispiel, das eine Kind kann die Lokomotive bauen, das andere Kind kann die zwei Waggons bauen, der Papa kann die Autos bauen, wenn er Spass hat an den Autos. Also so hat es wirklich für jeden irgendetwas dabei zum Bauen. und die Anleitungen Lego-typisch, wie sie auch heute sind, auch dazumal schon. Wobei man muss, also vom Optischen her waren es halt früher noch ein Lego System. Genau. Und ich glaube, der Unterschied zu heute... Du hast keine Teile in diesem... Nein, du hast keine Teile, sondern du musst einfach von Schritt zu Schritt, muss man halt immer schauen, was hat sich verändert. Und dementsprechend die Teile hervorsuchen. Das hat man heute halt nicht mehr. Hat der Licht hier schon? Ja, aber ich glaube, das Licht funktioniert bei der Lokomotive nicht. Weil es wäre mir noch nicht aufgefallen, dass es funktioniert. Ja, ich fiel mir gerade auf von der Anleitung her, dass hier eigentlich noch was drin wäre. Ja, genau. Aber das funktioniert nicht. Dann ein Buch, das Lego System Buch dazu, mit Aufbauanleitungen, Gleisplänen, was man alles für Schienenstrecken bauen kann. Und innen dann auch die Bauanleitung noch für andere alternative Wagen, die wir so nicht haben. Also sie hatte dann noch eine Bauanleitung dabei, für alternative Bauwagen zum Beispiel, so eine Art Industriewagen. Also eigentlich ein Autotransporter. Ein anderer zusätzlicher Autotransporter und halt auch... Das muss ich Ihnen auch mal anschauen. Wie viele Spielmöglichkeiten, dass man mit dem Set aufbauen kann. Das ist richtig cool. Wirklich, dass man so einen Schneepflug bauen könnte mit zusätzlichen Teilen und so weiter. Das ist ja richtig cool. Etwas, was heute sage ich auch wirklich oft fällt. So einfach Inspiration. Es hatte keine Anleitung, wie man es machen muss, sondern einfach so Inspirationen, was man noch alles bauen könnte. Was du jetzt weggelassen hast, hier sind zwei gerade Schienen. Richtig, weil wir einfach wenig Platz haben auf dem Tisch. Was noch gut gewesen wäre für das Teil, um das zu zeigen, aber das können wir ja trotzdem nachher. Und sonst, ja, eigentlich fast alle Anleitungen gleich. Das sind dann die typischen Lego-Anleitungen. Was besser ist als in den physischen Anleitungen, wie online, ist die Farbtreue in der Anleitung selber. Also hier sieht man wirklich den Unterschied zwischen dem Blau- und den Trans-Teilen vom Scannen und Hochladen der Online-Anleitung ist die Farbtreue leider verloren gegangen. Und ich habe auch zum Teil online gebaut. Und das Blau, das Dunkelblau ist dort wirklich so ein hell-Himmelblau. Also wenn wir schon bei Farbe sind, wenn ich ganz kurz... Ja. Hier hat man silberne, diese Lüftungsschlitze, diese... Ja. Ich weiß nicht, wie die heißen. Plate modified wahrscheinlich einfach. Ja, also umgangssprachend sagt man auch die Grill. Die Grill. Genau. Ihr seht es hier vielleicht. Die sind silbergehalten. Richtig. Das Set ist von 99? Ja. Also irgendwo zwischen... Ja, ich denke 99 bis 2. Also wir sagen jetzt Pi mal da um so... 20-jährig. 20-jährig. Und die sind noch in astreiem Zustand. Genau. Wenn wir überlegen, wir erinnern uns noch an die Schreibmaschine von Mold King, von Jenny. Da ist das Silber, also das war ja nur aufgesprüht und das ist ja schon nach, keine Ahnung, nach einem Monat angelaufen, als ob es kein Morgen gäbe. Also ist Qualität. Man kann ja viel sagen, von Lego, von teuer bis billig gemacht und so weiter, gewisse Sachen sind einfach wirklich oder waren wirklich Qualität, die silbernen Grills. Und das Silber wirklich auch nicht abgeplatzt oder irgendetwas wirklich... Ja, nein, da hauen sie nicht raus. Nein, aber trotzdem. Sie haben schon noch mehr Sachen, aber sie hatten schon einen gewissen Qualitätsanspruch und ich glaube auch, dass sie den heute auch noch zum Teil haben. Denke ich schon auch. Nicht immer und überall, aber das finde ich schon beeindruckend. Ja. Finde ich gut. Ja, wollen wir mal kurz die Punkte... Vom Spielwert? Machen wir am Schluss. Ah, du möchtest die Komplexität, Stabilität, Bauspaßsache noch bringen. Genau, genau. Also Komplexität ist nicht schwierig, ich habe eine 2 von 6 gegeben, tatsächlich ist wirklich ein familientaugliches Set, ein Set, das auch Kinder aufbauen können. Ich habe jeweils immer in der Mittagspause meistens einen Wagen gebaut und ein kleines Fahrzeug oder so und ich habe also nicht die ganze Mittagspause bei der Arbeit verbraucht. Ich habe mir noch ein Mittagessen vorbereitet, also meistens ist das ein kleiner Snack, den man zwischendurch aufbauen kann. Ich habe hier für mich aufgeschrieben, ausser die Online-Anleitung, die ist schwierig wegen der Farbe. Das habe ich vorhin gerade schon erwähnt, dass in der Online-Anleitung einfach die Farben irgendwie verloren gegangen sind, vor allem von dem dunklen Blau und da ein bisschen schwierig geworden ist. Stabilität habe ich mit einer 5 von 6 betitelt und da bin ich auch heute noch immer noch der gleichen Meinung. Das Set hat sich jetzt schon, ist schon zweimal hierhin gezügelt. Einmal in einer Kartonbox, dieses Mal in einer richtigen Ralko-Box. Ich habe mich da ein wenig abgegradet, damit die Sets ein bisschen mehr heile hier bei euch ankommen und bei beiden Umzügen war wirklich alles noch dran. Also kein einziges Teil, was hier abgefallen ist, Lokomotive wirklich extrem stabil. Selbst hier, einzig das da hat sich dann mal gelöst. Aber ja, das ist klar beim Transport. Auch hier bin ich dann nicht sicher mit dem Alter, ob die Teile dann wirklich noch die genau gleiche Klemmkraft haben. Wobei, ich finde das... Ich finde es auch noch recht gut. Auch da wirklich nichts auseinandergefallen. Die Autos heile hier, alles ganz geblieben. Also wirklich Stabilität, muss ich sagen. Könnte man sogar fast sagen, 6 von 6. Wobei, ist noch schwierig hier eine 6 zu geben, weil es halt nicht sehr viele Schmuckelemente dran hat, die abfallen können. Von daher gebe ich eine 5. Der Bauspass für mich auch eine 5 von 6, weil trotzdem, dass man nicht sieht, welche Teile man hervorsuchen muss, ist es relativ einfach zu bauen. Wie gesagt, ein gemütlicher Snack. Man baut sich einen Wagen. Und wenn man Spass hat, an so einem älteren Winter zu setzen, das Aufbauen, kommt hier der Bauspass sicher nicht zu kurz. Man kann wirklich Wagen für Wagen entstehen lassen. Man sieht, wie sich alles aufbaut. Auch die Fahrzeuge oder hinten diese verschiedenen Boxen. Die zeigt euch dann Sascha noch. Ich möchte nicht gross vorgreifen, was für Boxen das sind. Auch die Spassig zum Bauen. Ja, man erkennt sofort, was es darstellen soll. Und von daher hat mir das Set sehr viel Spass gemacht zum Aufbauen. Würde, wenn ich könnte, eine Kaufempfehlung aussprechen für das Set. Kann ich machen, dann ist das einfach Werbung für meinen eigenen Job. Klar kann ich da jetzt nicht sagen, nein. Also wir können schon hinzufügen, wo kann man es kaufen? Bei dir. Nein, auch wenn ihr das Set irgendwo anders seht und wirklich die alten Eisenbahnen liebt. Ich glaube, mit dem Set macht man wirklich nicht viel falsch. Einfach auch von den Figuren, vom Spielwert und so weiter, würde ich sofort das Set wieder kaufen. Fazit, ein schönes Set. Kaufempfehlung. Nicht sehr komplex zu bauen. Sehr stabil und macht Spass. Ich persönlich, ich habe es ja nicht gebaut oder sonst was. Ich persönlich finde es einfach wirklich cool. Es ist ein Set, mit dem kann man spielen. Ja. Und zwar, wir haben es ja schon zweimal getestet. Da passen auch unsere erwachsenen Griffel rein. Ja, genau. Wir können das jetzt gerne mal zeigen. Wir haben ja verschiedene Sachen. Wir haben ja den Zug. Wir sind heute auch so spontan. Wir zeigen hier noch ein kleines Gimmick. Ich bin da nicht mehr so überrascht drüber. Mittlerweile weiß ich es ja. Ja, fangen wir doch mal hinten an. Beim Güterwagern. Genau. Ihr müsst euch das jetzt vorstellen. Man hat hier eine gerade Strecke. Das coole ist, dass das eigentlich so eine Art Übergang, also so ein, wie nennt man es, wie zum Beispiel... Eine Laderampe. Eine Laderampe, wie zum Beispiel hier bei uns in der Schweiz. Lötschbergbahn. Genau, Lötschbergbahn, wenn man halt mit dem Auto reinfährt, ist hier so ähnlich. Bisschen anders, aber sonst ähnlich. Man kann hier beide, das finde ich schon mal sehr nice, beide Seiten aufmachen. Also das heißt, es spielt keine Rolle, wie man den Zug dann auf das Gleichstellen, es gibt kein Falschrum. Also es ist halt wirklich, ich komme hier mit der Hand durch, also es hat Platz. Wo man halt beieinander so, ich komme nicht ran, hier, eine erwachsene Hand geht durch. Man hat hier die Möglichkeit, wir haben hier zwei Autos, die man verladen kann. Die haben Platz hinten noch für Koffer. Der steht jetzt im Auto. Übrigens, es wird heute ja immer gesagt, ja, Frühjahr war alles besser. Auch früher hatten sie nicht unbedingt Sitze drin. Steuerrad, ja, oder eine Tür. Oder Tür, oder Dach, oder irgendwas. Gut, hat es hier nicht, klar. Ist jetzt halt, ich meine, das ist auch ein quasi vierbreites Auto. Wird ja auch heute schon bemängelt. War früher zum Teil auch nicht anders. Jetzt kann man sich das vorstellen, jetzt fährt man hier mit dem Auto rein. Richtig. Kann hier rauf. Gut, hier muss man natürlich die Figur rausnehmen, weil, aber hier kann auch eine Kinderhand nichts mehr machen. Kann man das Auto hier reinbringen, rauf fahren, hoppla. Und verkeilen. Dann ist das Auto drin. Dann machen wir das. Jetzt hat die Dioße abgezogen. Hallo, hier ist es in der Öffentlichkeit. Kannst du mit dem Auto hier reinfahren. Und für das gibt es tatsächlich auch wirklich fast für jeden Bereich hier, gibt es dann eine Figur. Also wir haben hier eine Figur, der hat so ein Eisenbahn-T-Shirt. Das ist zum Beispiel dann der, der hier die Schranke öffnet für die Autos zum Reinfahren. Oder auch kontrolliert, dass die Autos richtig verstaut sind. Also für den Bereich haben wir eine Figur. Also wir haben hier, glaube ich, relativ viele Bahnmitarbeiter. Ja. Du hast hier den... Den Billettkontrolleur, würde ich sagen. Das ist der Billettkontrolleur. Das ist sonst irgendein Mitarbeiter. Genau, das ist der, ich würde sagen, der verlädt die Waren. Also das ist der, der die Warenladungen verlädt. Dann der Lokomotivführer, meiner Meinung nach mit der Lokomotivführerkappe. Ein Fahrer von einem Auto. Und das ist ein Tourist. Und irgendwo ist noch die Frau, eine Touristin. Die ist irgendwie so, die fährt hier, glaube ich, irgendein Auto. Die Touristin ist hier. Genau, da gibt es die Touristin mit dem Fotobrad. Also das sollte dazu mal ein Ehepaar darstellen, würde ich sagen. Auch so in der Beschreibung gesehen. Dann... Einer mit Geld. Genau, eine Person vom Geldtransporter. Und dann hier nochmal ein Fahrer vom Auto. Und sie fährt das zweite Auto, genau. Genau, also wirklich für jedes Auto eine Figur. Dann für den Transporter eine Figur. Für die Kiste eine Figur. Also wirklich, es hat da wirklich in jedem Teilbereich den Spezialisten. Genau, genau. Die Plätze sind bemannt. Und dann kann man hier die Kisten... Und jetzt kommen wir zu verschiedenen Kisten. Wir haben hier zum einen eine Essenstransportbox mit Pizzen drin. Genau, heute würde man da sagen, eat.ch liefert die Pizza in die Bahn. Oder beim Flugzeug wäre es dann das Gategourmet. Also wirklich, der Lastwagen, der hier das Essen in die Bahn liefert. Und für diese Schachteln gibt es dann auch im Zug den speziellen Platz, der zugewiesen wird. Dann haben wir hier die Post mit einem Brief. Nein, zwei Briefe, zwei Briefe. Wir haben hier Werkzeug. Ja, da haben sie noch richtig... Da war noch richtig, war aber nicht nur ein Brief. Da waren wirklich zwei Briefe mit dabei. Ich habe hier Werkzeug. Keine Ahnung wofür. Wir haben hier einen Schraubenschlüssel, einen Schraubendreher, ein Hämmerchen, keine Ahnung, Engländer, Bohrer, Ölkähnchen. Hier oben hat man auch eine Uhr, eine Tastatur. Keine Ahnung, wofür man das so braucht. Aber man hat es. Man kann mit dem... Die Uhr weiss ich nicht, aber die Tastatur war zum Überprüfen, ob der Zug auch wirklich funktioniert. Damit der Mechaniker hier zum Beispiel auch den Zug reparieren kann mit dem Schraubenzieher, falls am Zug ein Problem vorhanden ist. Dann haben wir hier noch von Octan hier irgendwas zum Tanken oder so. Da haben wir, glaube ich, darüber diskutiert, was die Idee dahinter ist. Das tatsächlich weiss ich nicht ganz genau, was bei dem wirklich die Idee dabei ist. Aber man hat es und es ist irgendwie cool. Tatsächlich sehe ich da bei der Box am wenigsten Spielwert, weil es hat ja keinen Tank dabei mit Benzin. Also man kann hier kein Benzin lagern. Naja, vielleicht ist ja im... Irgendwie das fast das einzige sinnfreie Teil, das dabei ist. Naja gut, ich meine, die haben auch alle keine arretierbaren Daumen von dem her. Ja, ja, ja. Dann haben wir hier noch den Geldtransport mit, was haben wir hier drin, mit einem silbernen Edelstein und ein Hunderter. Ein Hunderter hat er noch in der Hand. Und das finde ich schon mal sehr cool. Man hat hier diesen einen Transporter und bei dem kann man immer die hier so ranhängen. Genau. Und das sieht dann halt schön von der Höhe, von der Länge her schön bündig aus. Ob es jetzt das Geld ist, ob es jetzt das Werkzeugreparaturset ist. Genau. Es ist eigentlich vollkommen egal. Alles passt hier hin. Und ja, das finde ich einfach toll. Jetzt haben wir das hier so. Und jetzt haben wir zum Beispiel mal hier dann noch... Was hier jetzt noch fehlen würde, wäre theoretisch so ein Stapler. Richtig. Der das hier reinpacken könnte. Das wäre noch cool. Wobei die Pizza-Box vermutlich nicht bei den Autos wäre, sondern beim Sonnenwagen eher... Machen wir jetzt Geld. Genau, machen wir jetzt Geld. Dann muss das sicher sein. Da kann man nachher so einen richtigen Zugüberfall simulieren und das Gadget ausspielen. Wollen wir kurz... Ich glaube, da hatten wir schon letztes Mal das Problem, dass es hier irgendwie zu breit ist. Das muss irgendwie, glaube ich, hier vorne sein. Nehmen wir die Post. Nehmen wir die Post. Die Post kommt jetzt hier rein noch. Post und Geld. Jawohl. So, jetzt haben wir den vor. Dann haben wir als nächstes für die Person den Personenwagen. Und da haben wir dann zum Beispiel für die Koffer gibt es hier vier Kofferhalter. Darf ich mal den Schreiber, den Filmschreiber, vielen Dank. Gibt es hier die Kofferhalter. Man kann die Figuren dann entweder in den Panoramawagen so setzen oder das K kann zusammen hier... ...eine Pizza teilen. Genau. Oder im schlimmsten Fall können wir noch eine zweite Pizza kommen lassen. Genau. Und hier hat es wirklich für alle Gäste... ...einen Sitzplatz im Wagen, wobei nur eine Person etwas trinken kann. Es hat nur ein Trinkglas. Naja, fahren auch nur im Kreis. So schlimm kann es nicht sein. Ja. Deshalb ist es wahrscheinlich auch eine Pizza. Und ich meine, er kommt ja auch nicht durch, aber er kann ja vorne kontrollieren, beim Einen reingehen. Und dann hat man hier die Möglichkeit, dass man hier hinten noch... Ah, muss man hier natürlich wegnehmen. Die Advertierung öffnen, genau. Habe ich vergessen. So, rein. Und tatsächlich ist das wirklich cool gemacht. Also da, wo man diese Boxen reinschieben kann, ist es mit Teils gemacht. So, dass die Boxen wirklich schön in diese Fächer reingehen. Also nicht mit Noppen, sondern mit Teils, damit man sie reinrutschen kann. Wie gesagt, hier vielleicht mit einem Stapler, das wäre noch cool. Aber... Ach gut, das sind dann Details. Auch den ist klar, wollte Lego vermutlich separat verkaufen. Ich schau jetzt den Zug, lassen wir kommen. Und der Vorführeffekt. Tatsächlich hier die Kabel vom Alter und vom Spielen her nicht mehr in Top-Zustand. Aber ich glaube, da kann Lego nichts dafür. Also ich würde sagen, dass denen das Problem wie mit den Kabeln umgegangen wurde. Hier noch spannend. Hier hat man auch nochmal fünf Prints. Äh, drei Prints. Einmal irgendwas mit einer Uhr mit 15. Dann noch ein Bildschirm und eine Tastatur. Schon mal sehr cool. Und, ich meine, sind wir realistisch, wahrscheinlich die meisten Kinder haben irgendwann wahrscheinlich mal einen Zugunfall. Oder ein Zugüberfall. Schliesslich haben wir hier noch Diamanten dabei. Genau. Und das Positive, wenn hier mal mit dem Zug was passieren sollte. Genau. Sascha hat es schon in den Händen. Es ist richtig gut versteckt, das Feature. Das ist es schon, ja. Wäre da nicht noch was drin? Nein, du hast es schon in der Hand. Das, was du in der Hand hältst, ist das Feature. Du musst die Abdeckung wegnehmen. Und es ist gut geschützt und versteckt. Du kennst das, ja. Mal kurz. Kann man das nicht? Ah ja, stimmt. So. Genau. Ich war jetzt gerade wieder vor. Ist schon weich hinher, seitdem wir das letzte Mal nochmal hatten. Genau, hier kann man aufmachen. Hier hat man nochmal ein paar Prints. Die Blackbox. Tatsächlich hat der Zug eine Blackbox drinnen, damit man beim Zubunfall auch rekonstruieren kann, wie du das geschafft hast, den Zug entgleisen zu lassen. Das ist Saschas Lieblingshobby. Zu Züge entgleisen. Zu schauen, wie stabil der Zug hier auf den Schienen fährt. Eins vorne weg. Er fährt gar nicht mal so schlecht stabil. Vor allem in einem rechten Tempo. Achtung, ein bisschen vorsichtig. Und die Fahrt geht los. Das sind mehrere Stuzen. Ich glaube, vier oder fünf, glaube ich. Und jetzt mögen wir jetzt schon keine Pizza mehr. Nein. Das ist schon vorbei. Und er hat auch schon die Hände in der Luft. So, wow. So, wir sind beim Maximum. Also man sieht hier schon die Schienen. Die rutschen. Die rutschen schon auf den Tisch, genau. Und das Licht funktioniert übrigens, wie ich jetzt gerade. Doch, das Licht funktioniert. Was fehlt vorne sind die Lampen. Die muss ich noch zusätzlich bestellen. Es ist effektiv. Vorne hat es einen Lampenstein drinnen. Und der Lampenstein. Es hat einen Lampenstein drinnen. Das kann man übrigens noch gewinnen. Falls der Zug mal keinen Strom mehr hat. Hat der Benzin. Hat der Benzin, genau. Und es gibt dann so ein spezielles Teil, das das Licht auf die zwei Lampen verteilt. Und das fehlte mir aber noch beim letzten Mal. Das habe ich jetzt nachbestellt. Ich habe das auch. Was ich nicht gemacht habe, ist das Teil noch eingebaut. Der Lampenstein. Und ich denke, von daher sieht man es auch nicht so gut. Aber das Licht funktioniert. Ja, habe ich jetzt gesehen. Funktioniert. Finde ich cool. Hier sind die. Hier ist aufgegangen. Es hat nicht ganz, ganz genau Platz, glaube ich, mit den Boxen. Sie passen nicht wirklich schön rein. Ich glaube, man muss es nur richtig machen. Ich war da ein wenig ein Grobmotoriker. Ja, hier haben wir noch einen Gito-Blaster. Ist klar, von 1994. Das war noch die Zeit. 99. 99. Ja, genau. 99 war noch die Zeit von dem großen Radius. Ja, also ich finde es ein tolles Set. Also als Kind hätte ich riesen Freude daran gehabt. Ja, ich hatte nicht so viel Spaß mit Eisenbahnen, aber wirklich ein Set, das cool ist und auch Freude gemacht hat. Übrigens, wenn du die gerade Schiene hast, kannst du hier tatsächlich noch den Stromabnehmer verstecken und unter dem Tunnel. Also wirklich. Sehr cool. Ja. Ich frage mich, ob das alles so gewollt war oder ob da auch ein bisschen der Zufall mitgespielt hat. Aber es war wirklich sehr durchdacht. Wenn ich mir überlege, dass man so eine Strecke bauen könnte, ist schon nice. Also ich habe tatsächlich auch noch mehrere Schienen und Kreuzungen und alles. Das habe ich nicht mitgenommen. Es ist einfach in einer ganz großen Box. Also in einer großen Box. Es ist einfach so einer zusätzlichen Box. Habe ich das schon auch bei mir im Lager noch. Habe das aber nicht mitgenommen, ihr zum das Vorstellen. Nein, ist jedenfalls sehr, sehr cool. Ja. So, und dann hoffen wir, dass diese Aufnahme dieses Mal geklappt hat. Ich denke es. Ich bin sehr zuversichtlich. Weil heute hatte ich auch alles dabei. Aufkleber, Anleitung, die letzte Figur, die gefehlt hat. Einzig, was ich nicht eingebaut habe, ist das Frontlicht. Und vielleicht denkt sich die Aufnahme jetzt, ohne das Frontlicht geht das nicht. Wir machen es nochmal. Genau. Ja. In dem Sinne wünsche ich einen schönen Restdonnerstag. Eine schöne Woche. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.